Hallo liebe Freunde, von der Wahrheit gibt es ein Thema der Wahrheit, Merk uns Frieden. In Eier 1.Johannes Kapitel 1 Vers 9 wird gesagt, Wenn wir unsere Sünden nicht haben, dann erst den grünen Reich und begab uns die Sünden, in Rehe nicht aus von allen Eingrachtlichen, in Rehe nicht aus von allen Eingrachtlichen. So sind viele Menschen, die wir alle interessieren, sind die Kinder dort, wo sie ein Sünder sind, über Luther sich nicht rehen wurschen, Luther sich nicht rehen wurschen, so sind in Rehe nicht aus von allen Eingrachtlichen. Wir wollen nicht rehen. Der Helder Jesu Astrum und die Felsen mit dem Jesu Gottes, der soll entwarnen, über viele Menschen, das nicht wehlen uns, und lusten, Luther, das wird wirklich verbunden sein, wenn unser Jesu Gottes zu sie, Luther sich nicht rehen wurschen. In Kolosser 3 Vers 3 sagt er, Die sind gestorben in deinem Leben, als wir Christus und Gott verstärken. Die sind gestorben, sagt er. Als wir alle leben, sind die Dwarven, die machen alle Schwingungen, die aufzunehmen, die siegenden, die uns, Christus übergeben. Diese sagen sich für die Dwarven. Die sind gestorben in deinem Leben, die sind gestorben. Das scheint. Und nach 1. Johannes Kapitel 3 Vers 4, Und nach 1. Johannes Kapitel 3 Vers 4, Wer entsinnt und lebt, ist noch von Bösenfienen gebungen. Wählt die Bösenfienen von Unfern und gesündig, Gott sind sehen, erst die können den Bösenfienen die Reiken kaputt vermerken. Die sind auf jeden Fall. Gott ist nicht gewünscht. Gott ist nicht gewünscht. Nach 3 Jahren. Ort ist nicht zu viel. Wenn du dich auch auf jeden Fall verlassen kannst. Wenn du die Schwangerschaft imíciolichen Gaststuhl mit schwein, kann ich nicht gibst. Gott sagt ihm nicht zu viel. Gott kennt uns nur die Zeit ein, sondern wenn du dich auch auf jeden Fall sagst. Das ist nicht los! Gott ist nicht zu viel. Wenn du die Bibel zeigst, dann zeigst du dich. Ich weiß nicht, was die Bibel sagt. Wer die Bibel versteht, der versteht wörtlich, was die Bibel sagt. Ich habe mein Bestes Leben, wo ich damals die Bibel lese. Dann wird es nicht mehr. Es kann nicht mehr werden. Ich lese nicht mehr. Es ist wenig für mich. Ich kann dich verstehen. Wenn du die Bibel hast, alles ist unruhig. Ich kann mich so klar verstehen, was du meinst. Ich kann mich so klar verstehen, was du meinst. Es wird nicht. Und ja, schon da, viele Menschen. Sie haben Interesse über Leben als Sache, wo sie geläubt und es nicht mehr sind. Stolz. Viel Stolz. Menschen, es ist nicht mehr Geld, das ist euer Ass. Und mit Unterständen. Es ist nicht mehr Geld. Mein Körper ist nicht mehr Geld, das sei sie. Es ist nicht mehr Geld, das Gott mich gemerkt hat. Wir wollen Betamärken. Wir wollen Staub sein. Wo ist Staub? In Johannes Kapitel 8, Vers 44. 8, Vers 44. 8, Vers 44. 8, Vers 44. 9, Vers 45. 2, Vers 45. 4, Vers 44. 7, Vers 44. über alle lehrt es. Viele Menschen die reden bloß nicht ganz die Worte, weil die denen nicht lehrt, immer wahrer und immer wahrer reden die nicht die Worte. Du hast lehrt. Du lehrt bist. Du bist lehrt. Du hast lehrt. Die Leute sagdet, wenn sie heute lehrt, dann die lehrt in alle lehrt. So, wenn sie das, dann die 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 Leute trafen, dann sagen wir mal an. Dann sagen sie, wenn sie das lehrt, dann sagen sie, dass sie das lehrt, dann sage sie, das lehrt. Wenn es heute ein Leer ist, dann die Führer über alle Leer ist. Die Führer, die Böse finden, die Tabi da, das ist die Böse. Wie läuft alles mehr schlafen? Man muss brechen. Checken wir die Worte jetzt. Viele Menschen schlafen langsam, äh, läuft das nicht mehr schlafen, das ist gefährlich. Ich kriege lieber in der Bibel mehr. Ich höre vielleicht nicht besser, was ich sage, aber klar auf Gott, was ich sage. Ich wollte nicht sein. Ich wünsche erst, dass dieser Mensch die Anzeichen hat, was er gehört hat. Wenn er das Wort hat, dann wird der Mensch Frieden. Bleib wie das Wort hat. Jetzt. Weil wir immer waren, immer waren lege. Wir wurden niemals. Frei geworden. Immer mehr losste auf uns nach dir. Weil Jesus Christus ist dein. Wollt uns alles draufnehmen und schleichen. Wollt uns rein. Und darf uns nie leben. Wollt uns rein. Wollt uns rein. Wollt uns rein. Wollt uns rein.